Showa Dainichi Sunfy, 63 cm Weibli. Sehr schönes Penny. Guter Glanz auf der Haut. Sumi ist gerade im Finishing. Sieht man. Das Endmaß bei dem Fisch könnte 80 cm schaffen. Der Kopf ist relativ lang. Der ist auch noch nicht fertig. Der Kopf wird noch breiter vorne. Das bleibt nicht so. Wer da Interesse hat, kann sich melden.